Herzlich willkommen bei PharmaLogisch. Ich bin Annette Thomas und ich möchte euch in diesem Video erklären, wie die Sartane funktionieren. Zu den Sartanen zählen alle Wirkstoffe, die auf Sartan enden. Daher kommt der Name. Das ist also zum Beispiel das Wallsartan, das Kandisartan oder auch das Losartan. Von diesen Wirkstoffen habt ihr wahrscheinlich in den letzten Monaten in den Medien gehört oder gelesen. Man hat da die Art der Synthese verändert und hinterher leider feststellen müssen, dass auf diese Syntheseart Verunreinigungen entstehen. Das hat dazu geführt, dass zunächst das Wallsartan vom Markt zurückgerufen wurde. Alle, die eigentlich Wallsartan eingenommen haben, wurden auf andere Wirkstoffe umgestellt. Die haben mit diesem Ansturm nicht gerechnet und so gibt es bis heute Lieferschwierigkeiten in der Gruppe der Sartane. Diese Problematik betrifft aber nicht die Wirkstoffklasse an sich. Die Sartane sind immer noch super in der Therapie. Man hat nur festgestellt, dass man den Syntheseweg wieder ändern muss, damit eben diese Verunreinigungen nicht entstehen. Wie wirken die Sartane? Die Sartane blockieren in unserem Körper die AT1-Rezeptoren. Das sind die Rezeptoren, an denen normalerweise das Angiotensin II angreift. Angiotensin ist der Stoff, der in unserem Körper dafür verantwortlich ist, den Blutdruck auf der nötigen Höhe zu halten. Angiotensin II wird aus Angiotensin I synthetisiert und das habe ich euch in dem Video über die ACE-Hämmer schon erklärt. Dafür braucht man ein Enzym und wenn man diesen Synthese-Schritt hemmt, dann ist man bei den ACE-Hämmern. Bei den Sartanen sind wir jetzt einen Schritt weiter. Es wird keine Synthese blockiert, sondern es wird der Rezeptor blockiert, an dem das Angiotensin angreifen würde. Weil dieser Rezeptor AT1-Rezeptor heißt, AT für Angiotensin und 1, weil es eben verschiedene Untertypen gibt, nennt man diese Substanzgruppe auch AT1-Hämmer. Ich finde, den Namen Satane kann man sich halt leichter merken, weil man ja irgendeinen Wirkstoff im Hinterkopf hat, der auf Satan endet. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal!